Hallo, Kaplus S hat die Zahlen vorgelegt, diesmal für das dritte Quartal 2019. Die Umsätze stiegen um 8 Prozent, das EBDA konnte sogar mehr als verdoppelt werden. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2018 ist das Geschäft ordentlich gelaufen. Wir hatten im Vergleich höhere Kalipreise und natürlich im letzten Jahr hatten wir die Produktionsausfälle wegen der außergewöhnlichen Trockenheit. Durch Maßnahmen, die wir ergriffen haben, konnten wir das in diesem Jahr vermeiden, obwohl das dritte Quartal auch recht warm war. Wenn wir uns die ersten neun Monate angucken, fällt der Vergleich sogar noch besser aus. Da ist das EBDA um 27 Prozent gestiegen und sehr erfreulich, unser Free Cash Flow ist deutlich positiv bei 204 Millionen Plus für die ersten neun Monate. Das heißt, dass die Nettoverschuldung bezogen auf das EBDA auf das 4,3-fache gesunken ist. Allerdings trübt sich der Kalimark ein und auch wir mussten reagieren mit Produktionskürzungen und das hat sicherlich Auswirkungen auf unseren Blick auf das gesamte Jahr. Dann wollen wir als nächstes über die Unternehmensstrategie Shaping 2030 sprechen. Die Umsetzungsphase ist weiterhin voll im Gane. Wie sind Sie zuletzt vorangekommen? Wir kommen gut voran. Wir arbeiten die Themen planmäßig Schritt für Schritt ab. Gerade zuletzt haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben vier operative deutsche Gesellschaften in die K plus S Minerals in Agriculture verschmolzen. Das heißt, Abläufe können vereinfacht werden und wir können einfacher Synergien heben und vor allen Dingen noch näher an den Kunden heranrücken. Sie haben es vorhin schon erwähnt, der Kalimarkt hat sich weltweit eingetrübt. Alle Produzenten haben ihre Produktion in den letzten Monaten zurückgenommen, so auch K plus S. Welche Auswirkungen hat das auf die Prognose für dieses Jahr? In der Tat sehen wir eine Nachfrageschwäche mit den dazugehörigen Preisentwicklungen, nämlich negative Preisentwicklungen. Und ein erster Indikator, der eine solche Entwicklung aufhalten könnte, war ein neuer Vertrag in Indien. Wir haben hier mit 10 Dollar weniger abgeschlossen im Vorjahr. Wir liegen also bei 280 Dollar pro Tonne. In China haben wir allerdings noch keinen Abschluss. Das ist auch gewisserweise ein Auslöser für die aktuelle Situation durch die Importstoppe, zumindest für Seefrachten in China hinein. Wahrscheinlich wird auch nicht kurzfristig hier mit einem neuen Vertrag zu rechnen sein, sodass es durchaus sein könnte, dass die Situation sich nochmal weiter forciert, bevor es dann im nächsten Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder besser wird. Für uns bedeutet das, wir haben bereits im September angekündigt, etwa 300.000 Tonnen aus der Produktion herauszunehmen und dafür intensiver in die Instandhaltung zu investieren. Und aufgrund der aktuellen Situation werden wir auch jetzt nochmal in der Instandhaltung in Deutschland vor allen Dingen Schwerpunkt in Deutschland Maßnahmen ergreifen, die uns weitere 200.000 Tonnen Produktion kosten. Unterm Strich bedeutet das, dass wir für dieses Jahr ein EBITDA von 650 Millionen Euro erwarten, weiterhin einen positiven Free Cashflow. Und die 650 Millionen Euro stehen natürlich unter der Annahme eines Normalwinters. Ganz entscheidend wird hier das Wetter im Dezember sein.